Der Berberaffe, auch Mäget genannt, ist eine Makakenart aus der Familie der Meerkatzenverwandten. Er ist vor allem dafür bekannt, dass er außer dem Menschen die einzige freilebende Primatenart Europas ist. Beschreibung Berberaffen erreichen eine Kopfrumpflänge von 45 bis 70 Zentimetern, sie sind schwanzlos. Mit 7 bis 12 Kilogramm sind Männchen deutlich schwerer als Weibchen, die 5 bis 9 Kilogramm auf die Waage bringen. Männchen unterscheiden sich darüber hinaus in der größeren Länge der Eckzähne von den Weibchen. Das Fell dieser Tiere ist gelblich-braun oder grau-braun gefärbt, das Gesicht ist dunkel-rosa. Wie alle Makaken haben sie Backentaschen zum Verstauen der Nahrung, Verbreitung und Lebensraum. Berberaffen leben als einzige Makakenart nicht in Asien, sondern in den Atlasregionen Marokkos und Algeriens sowie auf Gibraltar. Die dortige Population dürfte jedoch vom Menschen eingeführt worden sein. Lebensraum dieser Tiere sind hörgelegene Eichen- und Zedernwälder, sie kommen auch mit zerklüftetem Terrain zurecht. Lebensweise Berberaffen können gut klettern, verbringen aber einen Großteil des Tages auf dem Boden. Wie alle Altwelthafen sind sie tagaktiv. Sie leben wie alle Makaken in Gruppen, deren Größe variabel ist. Die übliche Größe beläuft sich auf 12 bis 60 Tiere. Berichten zufolge spalten sich Gruppen in kleinere Einheiten auf, wenn sie zu groß werden. Da die Weibchen zeitlebens in ihrer Geburtsgruppe bleiben, bilden in der Regel einige nahe verwandte Weibchen den Kern der Gruppe. Die Männchen etablieren eine Hierarchie durch Kämpfe. Die stärksten und erfolgreichsten Männchen werden dominant und leiten die Gruppe. Dominante Männchen genießen Vorrechte bei der Paarung, prinzipiell kann sich aber jedes Männchen fortpflanzen. Es sind territoriale Tiere, die Größe des Revieres ist variabel und hängt unter anderem vom Nahrungsangebot und von menschlichen Störungen ab. Nahrung Bärberaffen sind alles Fresser, die Früchte, Blätter, Kräuter, Knospen und Wurzeln, aber auch gelegentlich Insekten, Spinnen oder auch Skorpione zu sich nehmen. In den kühleren Wintermonaten bilden Rinde und Baumnadeln einen wichtigen Nahrungsbestandteil. Fortpflanzung Vorrangig paaren sich die Weibchen mit den hörgestellten Männchen, obwohl sich vielfach alle männlichen Tiere fortpflanzen. Es gibt keine feste Paarungszeit, diese hängt von den klimatischen Bedingungen ab. Nach einer rund 165-tägigen Tragzeit bringt das Weibchen meist ein einzelnes Jungtier, selten auch Zwillinge, zur Welt. Die Neugeborenen wiegen rund 450 Gramm und haben ein dünnes, schwarzes Fell, das sich innerhalb von vier Monaten hellbraun umfärbt. Bis sie die Farbe der Erwachsenen haben, bedingt durch das promiscuitive Paarungsverhalten, kümmern sich auch die Männchen um die Jungtiere. Sie pflegen deren Fell, tragen sie herum und spielen mit ihnen ohne zu wissen, ob sie tatsächlich der Vater sind. Nach rund 6-12 Monaten werden die Jungtiere entwöhnt. Weibchen werden mit 2,5-4 Jahren und Männchen mit 4,5-7 Jahren geschlechtsreif. Die Männchen müssen zu diesem Zeitpunkt ihre Geburtsgruppe verlassen. Berberaffen können 20 bis 30 Jahre alt werden. Am Affenberg Salem, wo 200 Individuen in drei Clans und ein Teil der Weibchen mit hormoneller Empfängnisverhütung leben, wurde eine Lebenserwartung von 21 Jahren für Männchen und 23 für Weibchen beobachtet. Berberaffen und Menschen In Nordafrika In Nordafrika gibt es noch an die 10.000 Tiere, der Bestand geht aber aufgrund der Zerstörung ihres Lebensraumes stark zurück. In Libyen und Ägypten sind sie schon um 1800 ausgerottet worden. Heute leben rund 70% aller Berberaffen in Marokko. Die UCM listet sie als stark gefährdet. In Gibraltar, obwohl Fossilienfunde darauf schließen lassen, dass die iberische Halbinsel in vorgeschichtlicher Zeit von Berberaffen besiedelt war. Geht die heutige Population mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Einfluss des Menschen und dessen Reiseverhalten zurück. Denkbar ist eine Einführung während der arabischen Herrschaft in Südspanien zwischen 711 und 1492. Die ersten schriftlichen Berichte stammen aus dem Jahr 1704, da einer Legende zufolge Gibraltar so lange in britischer Hand bleibt. Solange dort Berberaffen leben und der Bestand 1942 auf wenige Tiere gesunken war, ließ Winston Churchill einige Tiere aus Marokko auf der Halbinsel aussetzen. Genetische Untersuchungen brachten das Ergebnis, dass die derzeitige Population auf zwei Wurzeln zurückzuführen ist. Eine algerische und eine marokkanische, heute leben in Gibraltar rund 240 Tiere. Freigehege in Europa Im 1976 errichteten Freigehege Affenberg Salem am Bodensee, Deutschland zugleich Forschungsstandort und Reservebestand, leben etwa 200 Berberaffen. Sie nehmen speziell zubereitetes Popcorn von Touristen, die sich auf einem 600 Meter langen Rundweg bewegen. Die mehrmonatige Winterpause ist besucherfrei und dient als Paarungszeit. Weitere drei solcher Tierparks wurden vom selben Initiatur zwischen 1969 und 2005 in Frankreich und England eingerichtet.